Es ist Landes-Tourenfest in Weinheim und wir checken aus, was man hier so machen kann. Wir sind hier bei der Deutschen Sporthilfe und haben verschiedene Tools bei uns mitgebracht, wie hinter uns zu erkennen das Fecht-Tool, wo man mal den Fecht-Rhythmus simulieren kann. Und es ist revsicher und schnell zugleich, das könnte möglicherweise sogar ein neuer Best-Word werden. Hallo, wir sind hier auf dem Stand der Stadtwerke Weinheim und der Meine Stadt Energie auf dem Landestourenfest in Weinheim beim Torwandschießen. Wir sind hier bei den 4XF-Games. Helmut, was machen wir hier? Ja, hallo, ich bin der Helmut, ich komme aus Hessen. Ich habe hier die Wettkampfleitung der 4XF-Games übernommen. Die 4XF-Games ist die Wettkampfform des Cross-Trainings. Und meine heutige Gegnerin ist? Ja, ich bin die Caro, ich komme aus Ludwigsburg von der KSV Honeck und ich werde jetzt auch die 4XF-Games machen. So, wir bilanzieren. Caro hat mich auf jeden Fall gut abgezogen. Was ist dein Fitnessgeheimnis, Caro? Turmen, seit ich klein bin. Also Leute, Landestourenfest ist was für hartgesotten.